Die drei unglücklichen Sieben, oder wie heißt die Hinarbeitung? Schön, dass da alle da sind. Da sind viele Leute da, die kennt ihr. Rainer Stranzinger ist da, Julian ist da, meine Tochter ist da, mein Schmiedersohn ist da. Bist du Deppler? Das ist ja Wahnsinn. Habt ihr zu alt? Das ist ja euer Weihnachtsgeschehen. Ich finde das schon an, du wirst das nicht. Ich meine, das ist, wisst ihr, das sind ja alle so arme Musiker. Ich habe gesagt, was soll ich denn sagen? Bei dem Gmaar spielen wir alle sozusagen im Leidern, weil es geht das mit der Nischung draus. Mein Kind, was ist das Hobby des Musikanten, das an und für sich, wenn man das richtig macht, nichts kostet? Zeig es mir. Komm, spülen. Ich warte auf dich. Ja, warte auf dich. Ja, warte auf dich. Ja. Ja, warte auf dich. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018